Hallo liebe Duwakins da draußen und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, wo ich dir zeigen möchte, wie du deinen Mod Organizer übersichtlicher und hübscher machst. Ach ja, der Mod Organizer. Ein wunderschönes Programm, sehr sehr ästhetisch und eigentlich meiner Ansicht nach schon Kunst. Nun gut, seien wir mal ehrlich, dieses Design hier vom Mod Organizer ist nicht das schönste und es wirkt auch ein bisschen einschüchternd. Aber was wäre, wenn wir dieses Design etwas freundlicher machen könnten? Wie wäre es, wenn wir den Mod Organizer komplett an unsere Bedürfnisse anpassen würden? Und soll ich euch was sagen? Das geht dank Themes. Denn wenn wir hier auf die Einstellungen gehen, haben wir hier die Möglichkeit unter dem Reiter Styles verschiedenste Themes zu aktivieren. Und hier sind bereits ein Haufen Themes drin, da kann man sich wirklich mal durchtesten. Die meisten davon gefallen mir aber eher nicht so. Deswegen werden wir uns jetzt mal eben bei Nexus Mods ein Theme herunterladen, was es wirklich in sich hat und euren Mod Manager auf die nächste Stufe hebt. Und dazu müsst ihr einfach nur bei Google eingeben, Paper Themes for Mod Organizer 2 Light & Dark. Da findet ihr das Ganze sofort. Alternativ einfach auch Mod Organizer 2 Themes eingeben und da findet ihr die Seite gleich ganz oben. Und hier gibt es wirklich verschiedenste Themes und verschiedenste Files, die wir uns herunterladen können. Und unter Files können wir uns den ganzen Spaß herunterladen. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Ihr könnt euch wirklich da einmal durchtesten. Ich empfehle hier die klassische Paper Variante, die finde ich eigentlich am schönsten. Und dann ladet den ganzen Spaß mal herunter. Und wenn wir den ganzen Kram herunterladen, dann öffnet sich hier so ein Zip-File. Beziehungsweise ich öffne das immer mit 7zip und da sind drei Dateien drin. Und diese drei Dateien müssen wir jetzt woanders hin verschieben. Und das geht relativ leicht, indem wir in den Mod Organizer gehen und hier auf dieses Symbol klicken. Dann öffnet sich hier ein Kontextmenü und wir öffnen hier den MO2 Install Folder. Hier ist unser MO2 komplett installiert und unter Style Sheets befinden sich all die ganzen Themes. Und hier werden wir jetzt den ganzen Spaß einmal reinziehen. Und wenn wir das getan haben, dann haben wir bereits den Theme installiert. Sollte wie bei mir zuvor bei euch so ein Paper Ordner bereits drin sein, dann löscht den einfach. Der sorgt für Probleme mit dem Theme in der Regel. Und dann sollte alles gut laufen. Wir können diese beiden Ordner jetzt schließen. Und wenn wir jetzt wieder hier auf das Zahnrädchen klicken und dann hier auf Themes gehen, haben wir nun die Möglichkeit, das ganze Theme Paper Dark oder Paper Light auszuwählen und nun zu ändern. Und ihr seht auf Anhieb, dass sich der Mod Organizer ändert. Und jetzt hier auch nochmal an der Stelle ein paar Tipps. Ihr könnt mit dem Rechtsklick hier oben in der Taskleiste auswählen, welche Sachen euch hier angezeigt werden. Ihr könnt beispielsweise darüber den Log ausblenden. Den finde ich persönlich nämlich immer sehr, sehr störend. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, das Menü oben auszublenden. Sorgt dafür, dass das Ganze noch ein bisschen schlanker wird. Und ihr könnt ein paar andere Sachen noch machen. Zum Beispiel kleinere Icons. Das finde ich macht allerdings meiner Ansicht nach weniger Sinn. Ich finde die persönlich auf Large sehr, sehr gut. So ist das Ganze einfach viel, viel übersichtlich. Das war es dann an dieser Stelle schon mit diesem kleinen Clio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen da. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, gerne ein Abo dalassen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Bis dann, euer Amimos.